Ich bin Alexandra Adler und leite Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Hamburger Großmarkt für Obst, Gemüse und Blumen. Seit über 60 Jahren sorgen hier in Hammerbrook unsere Händler dafür, dass die Hamburger immer frisches Obst und Gemüse auf ihren Tellern haben und frische Blumen in ihren Vasen. Verkauft werden hier Obst, Gemüse und Blumen aus der ganzen Welt und von den Erzeugern der Metropolregion Hamburg frisch vom Feld. Mir gefällt am besten in Hamburg ganz klar der Containerhafen. Durch den Containerhafen fahren mit dem Auto geht immer mein Herz auf und das ist für mich so dieses Nachhausekommen. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen es alle zusammen.